ARD Text im Auftrag von Funk Du sagst ja auch nicht Furgator eigentlich, ne? Ja Du sagst eigentlich nie was zu mir, du rufst mich eigentlich nie Weil du weißt, dass nur wir zwei da sind, deswegen wäre es behindert, je irgendjemand anderen anzusprechen Ja, mit Namen anzusprechen, okay Mit Namen anzusprechen, wer spricht sich heutzutage schon mit Namen an? Hast du halt auch früher gehabt, in der Schule hat man immer die Leute mit den Nachnamen angeredet Ja Ach, das macht der Miller ja auch, ne? Ey, Weiße Ja Schöne Grüße an meinen Bruder Ich aktiviere mal hier die Scheiße, ne? Ja, ich jump noch ein bisschen rum Voll oberkrass, mein Freund Weiter so Hm, der Fluss geht nicht durch Geh zur Methanaufbereitungsanlage und sieh nach, was da los ist Boah, dieses hässliche Scheißkind, ne? Komm, wir können erst eigentlich hier durchspringen, Masche Können wir hier drüber laufen? Erstmal Können wir? Ich bin tot Du bist tot? Ich konnte nicht mehr springen, ich bin scheinbar an eine Stelle gekommen, wo ich keinen Grip hatte und bin einfach, ich konnte nichts mehr machen, ich bin einfach ein paar Sekunden gerutscht und war tot Okay Oh, ich hab hier noch Kisten gefunden Wer redet denn da? Also ich kann über das ganze Rohr, kann ich rüber laufen Ja, ich bin irgendwie an der Stelle gekommen, wo ich abgerutscht bin Viel Spaß mit meinen besten Leuten, Kammerjäger Ich verspreche dir, das klang in deinem Kopf Wo bist du denn? Ach, du bist auf der, auf der, links, ne? Bam! Bam! Oh, hier war, oh, jetzt ist er gleich fast runtergesegelt Ich würde sagen, ich starte mal die Kammerjäger-Extre, wa? Ach, du hast schon alles so platt gemacht Coming Du bist die ganze Zeit nicht da und dann Wenn ich den letzten Schuss machen will, weil ich tot bin, dann kommst du um die Ecke Ich hab gesnipert, was willst du denn von mir? Ich hab den Schaden weggenommen von denen, damit du ein leichtes Spiel hast Wenn du so nubig bist und dich triffst, was kann ich denn dafür? Was war kann ich? So, können wir jetzt vielleicht über die beschissene Brücke drüber, aber Wie kommen wir denn da jetzt noch am besten hoch? Du bist doch scheiße! Oh, Spaß! Warum bin ich dir denn scheiße? Weil du da so dran vorbeigelaufen bist Behindertes Kind Hopp! Kommst du da hoch? Ich bringe Nerven Gehen einfach nicht hoch genug Ne, 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 ne Hier, Schneemann Ist nicht Die können ja nix, Alter Die können einfach nix Außer einfach irgendwo auftauchen, weißt du Granate Granate Ich muss da Kragger und Hagelkorn, was ist da denn? Oha Ey, deine Viecher, ne, du musst ja echt nix machen, ne Die machen alles für dich Die machen echt Die machen echt alles für dich da Ja, ganz so extrem ist jetzt auch nicht Ja, die gehen aber schon gut, aber so Das ist doch dein Action-Skill, ne? Hm? Das war doch dein Action-Skill, ne? Ja, sonst relativ Kammerjäger Analysieren Wenn wir das dauerhaft drauf schießen Ja, ich muss da Ich sehe den gar nicht, wusste denn Das Problem ist, ich habe meine So, ich habe die, ich habe die auf mich Ich wollte dich bitte mal im Leben Alter, deine, deine Viecher, die machen Alter! Warum sagst du immer Medikit? Was ist das denn? Ich bin Nahkämpfer Ich muss irgendwas nahkämpfen Hier ist nichts zum Nahkämpfen Das war jetzt lame Alter, hast du gesehen, wie die auseinandergesetzt werden? Ja, Nahkämpfer sind doch asozial CapCrap, das hast du aber nicht gut analysiert, du Was resistent, nix resistent hier Und du, was willst du? Nix willst du, du kannst nix Ja genau, schüchtern sie ein Dreh denen ein, dass sie schlechter sind Als sie wirklich sind Sind sie ja auch Fürofass Der ist ja down Alter, wie er weggeflogen ist Was kommt jetzt? Pass auf deine Luft auf, Marshal Crit Crit Das hat er nicht kommen sehen, wa? Das hat er nicht kommen sehen, der Kollege So, jetzt müssen wir auch noch den Strom umleiten Wir haben diese ganze Scheiß-Dings wieder neu aufgebaut, würde ich sagen Was machst du da, Marshal? Ich hab nur kurz geskillt Kurz geskillt Süßer Lebenssaft 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 Ich hab hier, äh, High-Tech-Blaster-Klassen-Mod, wenn du willst Was macht die? Frack-Trap, die ist für mich Laser-Feuer-Rate, 12% mehr und Laser-Waffengenauigkeit Hast du eigentlich gesehen, dass hier eine Liederwaffe gelegen hat? Nee Ist mir gleich aufgefallen Okay, ich hab's Gut So, jetzt kurz gucken hier, was ich hier hab Oh, ich brauch schon wieder Luft Explosionsschadensresistenz, Explosionsschaden Das brauch ich alles nicht Nee, brauch ich nicht Soll ich, äh, willst du das hier direkt mitnehmen selber? Ich lass das hier liegen, ne? In der Kiste Genau hier in der Kiste da drin Boah, der springt mir echt nicht hoch genug, ne? Ehrlich? Ja Du kannst halt nix Du kannst aber nix für, das ist nicht schlimm So, jetzt bin ich hier voll So, weiter geht's Da müssen wir jetzt lang Da hoch Noch weiter hoch, ne? Ah, warte mal Hier könnten wir vielleicht da hinten an dem Ding hoch Hier so Ja, hier geht's ganz gut, wa? Ja Immer ein Stückchen höher Ganz da nach oben Oh, da kommt wieder irgendwas angeschossen Oh, ich hab keine Munition mehr Ja, das würde ich interessant Was steckt denn hier zu? Ach, jetzt versteh ich Das bist du! Hey Nein, das ist nicht auf den Sprung Nicht gelaufen aus Versehen Bin ganz oben Bis ganz oben? Lass mich stellen Mach die Quest zu Ende Du schaffst es Aber ich krieg dich auch noch wiederbelebt Ja? Wenn ich jetzt schnell genug falle Fünf Jawoll Wenn ich bemerken dürfte Nice Sehr gut Hat er gut gemacht Trotzdem hab ich keine Munition So, jetzt kommen wir aber über die Brücke drüber, oder? Super Endlich fließt es in unsere Anlage Geh wieder zur Aufbereitungsanlage Und stell den Hauptfluss an Jetzt basteln wir uns eine Brücke Meine Westen Wir basteln Alter Alter Ich brauche Munition, hier dringend Ich brauche Luft Luft, Luft, geht Gleich mal eine neue Waffe testen Analysieren? Alter, die neue Waffe geht so ab Die Musik einfach So Ah gut, hier kann ich wieder einkaufen Sehr schön Hol Qualität, niedrige Preise Und ich stelle keine Frage Hier ist alles wieder Alles wieder voll Gut Gut, gut, gut So, zu verkaufen Und wenn du woanders einkaufst Lass ich dich tütteln Alles klar So Also ich bin wieder voll equippt Und du? Wie sieht's bei dir aus? Ja, alles cool Was denn mit deinem hast du so ein Delay, dass du hier äh Meine Stimme erst nach 10 Sekunden hörst du oder was? Ne, ne, ich hab nur gerade ein bisschen was probiert So Dank dem allmächtigen Roboter-Polizisten, dass ich nichts mehr rieche Wuuu Das kann ich auch Was? Meier, eigentlich Du Das muss mich natürlich nachladen, ich trottel Oh Hier ist ein bescheuerter Oh, da oben ist ja da einer Hast du den? Ne, one hand Da ist ein Irrer höher gesprungen gerade Die ist übrigens noch so eine geile Kiste Hat die noch nicht Das sah so aus Habe ich doch noch geschafft hier rüber zu springen? Das war es so ein bisschen was zum Beispiel Das ist ja schon mal